Also ich denke einfach zum Beispiel, wenn eine Person etwas wirklich sehr mag, dass man das zum Beispiel noch machen kann. Beispielsweise die Person ist noch nie nach Norwegen gefahren und wollte da schon immer mal hin, dass man dann einfach für die Person sozusagen dahin fährt und dann dabei einfach an diese Person glaubt. Tim Thaler oder das verkaufte Lachen. Jetzt im Kino. Untertitelung des ZDF, 2020